Guten Morgen meine lieben Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Wochenauftakt, zum neuen Wochenauftakt hier am 20. Februar. Es grüßt wieder Chris Kemmerer, Jay, auf die Devisenradars angesagt und wir wollen heute auf ein Währungspaar schauen, was mit dem kanadischen Dollar im Kontext steht und auch dem Ölpreis der Sorte WTI. Kanadisch Dollar und Ölpreis natürlich hier eine enge Korrelation und das ist vielleicht auch durchaus interessant, wenn wir uns das jetzt mal hier im Chart anschauen. Also generell ist ja der kanadische Dollar positiv beeinflusst, wenn der Ölpreis steigt generell, beim US-Dollar, kanadische Dollar insbesondere ausgedrückt. Beim Euro-Kanadische Dollar gibt es hier auch immer noch die Sonderkonstellation eben des Cross-Rate-Pairs Euro-Cut im Kontext, aber nichtsdestotrotz natürlich hier auch charttechnisch immer wieder einen Blick wert. Man sollte hier mal genau schauen, wohin jetzt hier eben die Reise gehen kann und das eben auch unter kurzfristigen Gesichtspunkten, denn wir stehen sowohl beim Euro gegenüber dem kanadischen Dollar als auch beim BTI-Öl an interessanten Punkten. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier unlängst im Januar mal den Euro gegenüber dem kanadischen Dollar hier im Devisenradar beobachtet und haben festgestellt, dass dieses Level hier um 1,42,50 roundabout, diese Zone, hier sehr, sehr interessant werden darf oder auch sein sollte. Und wenn es denn hier dazu gekommen wäre, dass wir hier das neue Hoch, ein neues Januar-Hoch machen bzw. ein Verlaufsreaktionshoch, insbesondere per Close, dann wäre hier oberhalb von 1,4308 die Möglichkeit entstanden, dass wir hier durchaus eine weitere Aufwertung sehen im Bereich 250, 300 Pips bis 1,45, 1,46. Schlussendlich sehen wir, es kam nicht dazu und wir hatten hier so eine Art Putz-Situation, möchte ich meinen, aber das präferierte Szenario war die blaue Tendenz, sodass wir nochmals in Richtung 1,40 abdriften und sozusagen dann uns sukzessive nach unten arbeiten können. Kommt es auch zum Bruch dieser Aufwärtstrendlinie, ergo hier die Idee, dass wir sogar die letzten Tiefs testen könnten und genau da stehen wir. Hier der Bereich um 1,38,85 rund, diese Zone ist jetzt hier eben genau das, wo der Markt jetzt sich mehr oder weniger in der letzten Woche auch schon wieder stabilisiert hat, obgleich es hier eben ein neues Reaktionstief gab. Und da sprechen wir hier über ein neues Jahrestief, also hier die Niveaus vom Juli 2015 sind hier etwa angesteuert worden. Klar, neue Tiefs sprechen hier für einen intakten Bewegungsimpuls, der hier sozusagen einen Abwärtstrend initiiert. Und wenn wir die gegenwärtige Situation anschauen, dann gibt es für den Euro gegenüber dem Kanadestollar nicht viele Optionen. Der Markt hat hier, da gehen wir mal auf die Saisonalität kurz ein, sozusagen untermalend, ob wir hier einen gewissen Rückenwind haben. 1, 2, 3, hochgeladen, läuft alles seitwärts hier ein Stück. Der Markt also sozusagen um die 100-Punkte-Marke, Rückenwind also wie es so schön heißt, saisonaler Natur nicht, aber es dürfte hier mehr oder weniger seitwärts tendieren. Schartechnisch sieht das aber ganz anders aus, denn wenn wir hier ein neues Verlaufstief machen, also hier insbesondere unter die 138, sage ich schon, 1,38 gehen per Close. Ja, wir hatten hier am 15.02. einen Close von 1, 38,50 und gerade eben ein Close unter 1,38 würde hier sicherlich weiteren Verkaufsdruck initiieren und sozusagen den Euro schwächen. Reindrennen folgend, unabhängig der Saisonalität, scheint sich dieses Szenario anzudeuten. Der Euro ohnehin möglicherweise wieder mit dem Lauf einer neuen Schwäche, mit einem neuen Move in Richtung eben der letzten Tiefs. Und ja, wenn das dann noch dazu kommt, dass der kanadische Dollar stark ist, dann sieht hier der Euro gegenüber dem kanadischen Dollar eher blass aus. Und das deutet sich unter Umständen an, also darauf achten, insbesondere unterhalb von 1,38 könnte es rutschig werden. Ansonsten, wenn wir das hoch der letzten Woche rausnehmen, wir gehen hier über 1,39,70 Round, dann kann man sagen, okay, die Zone von 1,40 ist nicht weit weg, kann spannend werden. Und dann könnte es hier nochmal eine Attacke in Richtung 1,42,60, 65 gehen und dann kommt der Markt eben hier wieder zurück. Graue Tendenzfeil geschehen, das wäre praktisch Plan B. Okay, also hier relativ simpel einzufangen, Euro kanadisch Dollar, achten Sie aber darauf, das Währungspaar hat ein gewisses Eigenleben dahingehend. Gerade bei den Cut News wird es sehr hektisch, ansonsten manchmal eine recht zähe Geschichte. Kurzfristig Abwärtstrend intakt. Ja, wenn wir uns nach oben rausschrauben, wie gesagt, kann es hier volatil seitwärts gehen in der Range um grob 1,38, 85 und eben hier 1,42, 50. Dann darf das hier sozusagen hin und her pendeln. Keine Frage, kann passieren, aber gerade unterhalb von 1,38 sehen wir hier Preise, die gehen dann in Richtung 1,35. Also gute 300 Pips gen Süden, dann durchaus möglich. Also Euro cut definitiv interessant. Wie schaut es beim Öl aus? Da haben wir jetzt schon relativ lange beim WTI-Öl eine Seitwärtsrange hier in dieser Zone um 54 Dollar. 53, 75, 54. Diese Zone leitet sich auch schön ab hier aus früheren Price Levels, die aus 2014, 2015 gekommen sind. Diese Zone horizontal transportiert. Zeigt eben auch tatsächlich, dass es hier eine Zone gibt, wo der Markt sich so ein Stück weit entscheiden will und auch sollte. Letztlich hier aufgrund der neuen Verlaufshochs ein umgekehrtes Bild. Der Ölpreis also insofern ganz interessant und bleibt vom Bias her grundsätzlich bullisch ausgerichtet. Der klassische Schadtechniker sieht auch hier diese Trendlinie, diese Aufwärtstrendlinie seit den November-Tiefs, die zuletzt hier auch mit einem kleinen Spike nach unten Anfang Februar mit Bravour verteidigt wurde. Und diese Linie ist es, wo er sich auch in der letzten Woche fing, der Ölpreis WTI. Und jetzt sollte es idealerweise hier gemäß auch diesem blauen Tendenzfall mal wieder zu neuen Bewegungshochs kommen. Zielzone hier Richtung 56 und insbesondere das Niveau von 58 Dollar je Barrel. Diese Zone leitet sich auch wieder aus einer Price Action Zone früherer Zeiten ab. Und das scheint mir hier ein erstes Verlaufsziel zu sein. Sollte es jedoch hier ein neues Tief unter dem der letzten Woche geben. Da sprechen wir hier konkret von dem Tief des 16. Low 53,13. Wenn es dazu kommt, dann dürfte der Markt hier sicherlich nochmal abkippen. Eine Price Action Richtung Süden vollziehen. Und dann haben wir im Prinzip dieses mögliche Szenario. Und das dürfte dann eben hier einen Test dieser Unterstützungszone und auch des 38er Fibur Levels um 51,85 initiieren. Und wenn es insbesondere darunter geht, dann haben wir ein größeres Verkaufssignal. Bis dato, auch wenn diese Trendlinie brechen sollte, bleibt Öl eigentlich interessant auf der Oberseite. Also auch unterhalb des Tiefs der Gäste letzten Woche würde es sich im Prinzip nur ein kleiner Dip andeuten, der hier eben die Zone von 51,85 dann bestätigt wissen will. Und darauf kommt es dann an, wie der Preis sich hier fällt. Gibt es dann signifikante Tiefs unter den Februartiefs, Schrägstrich in Richtung der Schrägstrich unter der Januartiefs. Dann kann es hier wirklich relativ stark in den Süden gehen. Sehe ich aber aktuell eher nicht. Charttechnisch eigentlich eine ganz interessante Situation. Wollen wir auch hier nochmal die Saisonalität dazu holen, was denn da sozusagen rückenwindtechnisch uns beschert wird. Wenn denn überhaupt. Weil, wir haben es beim Euro gegen den kanadischen Dollar gesehen, ein Stück weit seitwärts und das sieht hier ähnlich aus. Also wir haben natürlich eine kleine aufwärts gerichtete Tendenz, obwohl kurzfristig sieht es wohl hier aus, als können wir mal einen Dip nach unten machen saisonal. Dann aber von Ende Februar bis in den März, April hinein eine leicht aufwärts gerichtete Tendenz. Allerdings nur leicht, weil wir es hier an der Punkteskala sehen. Das könnte schon mehr Drive und Dynamik haben. Theoretisch. Hat es aber aktuell nicht und insofern sieht die Situation recht mau aus. Von der Saisonalität her charttechnisch aber definitiv interessant. Insofern achten Sie mal drauf, was der Ölpreis macht. Wenn wir hier nach oben rausgehen, einen Schlusspreis über 54,50 sehen sollten, dann haben wir hier einen schönen Bias, der den Ölpreis weiter antreiben dürfte. Und den kanadischen Dollar im Umkehrschluss auch hier definitiv behebeln könnte in Richtung einer Stärke. Insofern, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Wochenauftakt. Wenn Sie mögen, natürlich hören wir uns gern morgen wieder. Ansonsten schauen Sie auf den JFD Desktop zu jeder Zeit. Hier mit Jens Glatt und auch Content von mir. Je nachdem, was der Markt hergibt. Immer wieder Live-Sendungen und natürlich auch schriftliche Analysen. Bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der frischen Handelswoche. Auf bald, Ihr Chris Kämmerer und Tschüss.